Das ist unser Ausweg! Geh mal ab, du hast das nicht so gemein! Alles klar! Alle Datenspeichern! Alle Datenspeichern! Alle Datenspeichern! Aha! Sie sitzen in der Falle! Hey! Sie sind in der Falle! Hey! Sie sind in der Falle! Hey! 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 Ohohoho! Ja! Hey! Das muss der letzte gewesen sein. Was machen wir jetzt? Das war die einzige Rubion-Schmiede, die den Dimensionator bauen konnte. In dieser Dimension ist noch eine. Vielleicht bekommen wir sie wieder in Gang. Aus irgendeinem Grund geben wir all diese Rettungsboote kein sicheres Gefühl. Was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Das war's für heute. Das war's für heute. Aus als wäre ich hier fertig, aber es war lustig. So lustig zerbrechende Dimensionen sein können. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich glaube, dafür hab ich genau die richtige Freundin. Du hast freie Hand, Glitz. Sieh Zeit! Moment. In dieser Dimension sind auch Viren? Eine Nuklear-Impuls-Aufrüstung? Jetzt fliegen sie auch noch? Na und? Sie werden trotzdem genauso gelöscht. War das auch mal im Training? Wenn du ein Virus löscht, kannst du die Stolme-Energie absorbieren und für den Nuklealpuls nutzen. Oh! Waaah! Schoen! Es ist ein Mokabot! Mit Elektro-Waffen komme ich da nicht durch. Ja, der Computer kommt langsam wieder online. Was bedeutet, dass die Firewall jetzt wieder komplett frei sein sollte? Ja, der Computer kommt langsam wieder online. Was bedeutet, dass die Firewall jetzt wieder komplett frei sein sollte? Ja. Ihr gehört mir! Die Firewall jetzt wieder frei sein sollte. Ja! Okay, das ist so. Oh! 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 Stopp! Klopter! Klopter! Wir sehen uns bald wieder, Glitch. Wenn dein Glück weiter anhält. Ist das das Virus? Jemand muss sie stoppen, bevor sie sich noch weiterentwickeln. Aber das ist hier kein Problem. Die Rubion-Schmiede ist jetzt wieder sauber. Also kannst du übernehmen, Ratchet. Ich wusste, du schaffst das, Glitch. Danke. Gut gemacht, Ratchet. Du kannst die Schmiede anschalten. Wie machen wir das? Indem ihr die Energiequelle findet. Zuletzt habe ich sie die Treppe unter hinter der Druckschleuse gesehen. Aber unter uns ist es etwas gruselig da unten. Das ist eine heftige Tür. Das ist eine heftige Tür. Hier wird sicher die Energie für die Schmiede erzeugt. Aber hier ist nichts. Hält uns der Schrott-Bot zum Narren? Keine Ahnung. Aber wenn ihr wirklich die Energiequelle fehlt, holen wir sie doch aus der anderen Dimension. Aus der, in der die gesamte Station nach uns sucht? Bis uns etwas Besseres einfällt. Los, suchen wir uns etwas, please. Was ist das? Was ist das? Wir müssen ihn ablenken. Gibt es... Okay. Gibt es hier irgendein Feuer? Einstellen und lauf! Ich hab langsam... Ist der Bratchet. Du machst ihn nur wütend. Weißt du? Waffen stören ihn nicht mal! Feuer einstellen und lauf! Ratchet! Du machst ihn nur wütend! Weißt du, irgendwie wirkt die Dimension, in der die gesamte Station nach uns schlägt, immer verlockender. Wenigstens ist dort das Licht an. Was höre ich denn da? Lauf einfach weiter! Ratchet, ich kann nirgends Blison sehen. Bleibt nur noch der Raum hinter der nächsten Sprengtür. Aber die sieht ziemlich zu aus. Und wenn wir den Kabeln über uns folgen? Vielleicht lässt sich das Schloss abschalten. Du hast bestimmt recht. Diesmal. Fehler, Bio-Gefahr entdeckt. Hä? Amöboiden! Nicht schon wieder! Amüsiert! Es tut mir gut! Was ist mit dem Licht? Juhu! Da ist der! Das ist... etwas verunruhigend! Oh! Der Computer ist angegangen! Können wir uns das ansehen? Okay! Ciao, ciao! Da ist ein Forschungsprotokoll! Interessant! Spiele Stationsprotokoll weiter ab! Kommt her! Kommt her! Okay! Da hinter dem Riff! Ich habe ihn gerade herumspielen sehen. Und da! Seht ihr ihn? Oh! Wie kann er so in mir schwimmen? Oh! Oh! Ist das ein Hallo? Warte! Was macht ihr denn da? Ich tu ihm weh! Stopp! Geht sofort damit auf! Stopp! Das war der Schrottwort? Und ich dachte er redet von Safti! Nichts wie raus hier! Gah! 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 Das Schloss wird per Boltkurbel gesteuert! Der Raum wurde wohl länger nicht mehr aufgerüstet! Gah! 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 Hier ist nirgends ein... Unser Stichwort! Fest geschafft! Okay, wenn ich Blison wäre, wo wäre ich wohl? Oh oh! Ratchet, alles okay? Ja, zum Glück funktioniert mein Sauerstofffilter noch. Hab ich Jahre nicht gebraucht. Ratchet, ich hab darüber nachgedacht, was du vorhin über die Lombaxe gesagt hast. Dass du dein schönes Leben riskierst. Ich mochte mein Leben auf Zavali auch. Es war friedlich. Still. Sogar heiter. Und als du mein Partner werden wolltest, wollte ich auch nichts riskieren. Aber jetzt bin ich froh. Danke, Kate. Das bedeutet mir viel. Aber ich weiß nicht, ob... Ist schon gut. Jetzt kann ich diejenige sein, die an dich glaubt. Ach. Und jetzt sind die Krabbelkrabbeln auf uns zu. Oh! Oh! Ich war für dich allein. Alles auch. Tacon, eine Luftschleise. Oh. Oh, Abby, sieh an dich. Komm schon. Braucht ihr zwei neue Ausrüstung? Ich habe einen besonderen Rabatt bei 100 Pfaden. Willst du er kommen? Ist es kalt hier oder ist das etwa die Kaltfront? Schieß sie auf deine Gegner und gefriere sie zu soliden, unbeweglichen Eisblackern. Sieh zu, wie sie hilflos herumrutschen und um ihn ergleiten. Und mir schauen, ihm wird total dämlich aussehen. Der Todeshandschuh ist jetzt verfügbar. Sag hallo zu deinen kleinen Freunden in Todeshandschuh. Klein aber bösartig, hungrig und fokussiert. Sie folgen dir, wohin du auch gehst. Zieh den Feuer noch zu Kalb, zum Zielen und dann komplett, um deine bösartige Ami von Wartenbeißern zu entfesseln. Pass auf, wo du das hinpackst, Sweetie. Oh, das Ding platzt jetzt vor Blasterleistung. Hol dir die Aufrüstungen, wenn du das Baby hochgestuft hast. Nette Moth, was? Aufrüstungen bereit! Und du? 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 Hier ist ein starkes Magnetfeld. Die Energiequelle muss in der Nähe sein. Unmöglich! Die Dekoratöre sind nicht... Habt ihr Dekoratöre gefunden? Wir werden den Boden mit dir dekorieren. Du solltest werden, das ist die Gegenteil. Auch hier ist die Gegenteil. Hier sind die Gegenteil. detentionstil. Ich bin damals so klein. Ich bin bei der Notasấu-Pon Seven-Seine-N Banks-Nein. Jeder hat dort gegründet. Das war's für heute. Ist das nicht großartig? Die Energiequelle ist safti? Wir sollten ihn befreien. Sieh doch, was sie ihm angetan haben. Das erklärt seine Wut. Aber er... Ratchet, wenn wir ihm keine Chance geben, wer dann? Ja, hast ja recht. Suchen wir eben eine andere Energiequelle, wenn wir so lange überleben. Wir kommen in Frieden, Großer. Klingt das Fauchen erfreut? Oh mein Gott, Kerl! Hoffnung stand heute nicht auf Ihrem Reichsplan. Er hilft uns. Er hilft uns. Mann, da bin ich aber froh. Wir bekommen Gesellschafts-auf-die... Weiß du dich überhaupt verstehen? Ah! Weitere Akzeptionen werden nicht... Endlich die schweren Geschütze, was? Oh, die sind ja wirklich schwer. Ja. Untertitelung. BR 2018 Du wirst bald das Licht sehen. Hey, Safti. Du weißt nicht zufällig, wie man die Rubion-Schmiede sonst noch hochfahren kann, oder? Will er, dass wir ihm folgen? Das Blison. Er will mit uns kommen. Überall ist es besser als hier. Vielleicht kann er uns ja doch bei der Schmiede helfen. Bist du noch bei uns, Safti? Na los. Die Rubion-Schmiede ist oben. Komm schon, Safti. Ich find's nur. Der gute alte Eschmi. Wow. Energie ist wieder auf Maximalstufe. Baupläne hochgeladen. Hat's geklappt? Ja. Wir haben's geschafft, Kit. Du bist ein guter Partner. Neue Freunde sind großartig. Sieht aus, als müssten wir jetzt nur noch zurück zum Schiff. Oh, dieser Aufzug bringt euch wieder an die Oberfläche. Kein Problem. Wieder Wretches und Kittles. Danke. Und alles klar. Äh, Schrotti? Schiff. Untertitelung des ZDF für funk, 2017